Hallo alle zusammen, mein Name ist der Mutprober. Wie mein Kanalname schon sagt, bin ich der Mutprober. Im Text habe ich auch gerade drin, aber macht er nichts. Deswegen machen wir gleich weiter. Also, ich mache Aufgaben, die ihr mir stellt und Mutproben. Wenn ich die Aufgaben nicht schaffen sollte, dann könnt ihr mir eine Strafe geben, die ich dann hoffentlich schaffe. Oder auch nicht. Ja, heute, meine erste Mutprobe bei ihr noch, ich habe keine Abonnenten, deswegen steigt euch an. Muss ich mir der, jetzt nicht länger, welche Klammern ins Gesicht machen. Zehn Stück, in einer Minute. Falls ich das nicht schaffen sollte, muss ich rausrennen, eine Minute lang und mich in den Schneewelzen, den man da ein bisschen schlecht sieht, aber ja. So, dann fangen wir gleich an mit der Mutprobe. Achso, ja. Für euch so, dass ihr seht, dass die auch recht sind. Ja, weiter Mutprobe. Ja, weiter Mutprobe. Jetzt schon? Bist du bescheuert? So, 3, 2, 1, los! Ich bin zu dir auch der Mutprobe und jetzt geht's los. So, wir haben's geschafft. Kannst du etwas über diesen Schmerz berichten? Aua! 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 Schwein! Tja, muss ich anscheinend nicht in dem Schneewelzen. Aber ob ihr das das nächste Mal haben wollt, könnt ihr entscheiden. Ja. Da was zu sagen? Dann sehen wir uns das nächste Mal. Abonniert mich nicht. Aua, der Mutprobe. So, herrscht ab wenten Kryst. Aber ob es an Annika. Bặp. Tja. So, vorhin.